Hallo Leute, hier ist eure Lisha und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Stable Online Again. Und bevor ich mit euch mal gucke, was der Thomas heute für uns so hat, grüße ich natürlich. Bitte schreibt mir keine neuen Grüße unten in die Kommentare. Die Grüße-Liste ist immer noch komplett voll. Und ja, die ersten Grüße gehen von der Callister Evening Water an die Sanne Turtle Food, an die Uni Puppy Backer und die Aurora West Hurricane. Die Marie Watercam, grüßt die Gabriel Riverstorm, die Lydia Mystery Hurricane, grüßt den Club Emerald Singers und die Erweiterung der Emeralds, die Emerald Fathers. Die Nele Greenforce, Diana Seagull und die Leonie Crazy Street. Die Zoe Dolphinfield, grüßt die Nele Greenforce und die Melanie Mysteriesmith. Die Wilde Shadow Ride, grüßt Teddy, Lea Sundorn, Aixer Snowdawn und die Fiona Lightstar. Und Mercedes Müller grüßt die GPS, die Hannah Searode und Tanya Appleside. Und gucken wir mal, was Thomas für uns hat. Du musst für mich zum Rathaus gehen, okay? Diese Kopie sollte dort sein, falls etwas mit dem Original passiert ist. Es wird nie wieder Zweifel daran geben, dass dieses Land mir gehört. Also hör zu und ich erkläre dir, wie du dorthin kommst. Folge der alten Silverglade Road nach Norden. Vorbei an der Baustelle. Habe keine Angst vor den Bulldozern. Sie werden dir nichts tun. Wenn du zur Feargroove Road kommst, musst du links abbiegen. Dort ist das Dorf. Du solltest dort ein bisschen Zeit verbringen. Hier sind die Dokumente. Pass gut auf sie auf. Okay. Wir sollen nach Silverglade reiten. Echt zu sein, reite ich jetzt einfach den Weg hier hoch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir jetzt richtig sind. Ich glaube, wir sollten darüber hoch reiten, oder? Egal. Wir reiten jetzt diesen Weg. So, in Silverglade sind wir jetzt angekommen. Das ist jetzt so die Stadt, die überall hinführt, so von Jorvik hin. Und wir gehen jetzt mal zum Ratsmann. Da müssen wir die Kopie nämlich abgeben. Und was haben wir denn hier, junge Dame? Eigentumsurkunden von Herrn Morland. Ich werde sie an einem sicheren Ort aufbewahren. Marblecake tanzt hier voll rum. Gut, das hätten wir hier abgegeben. Wir haben noch ganz viel auch im Morland noch zu machen, aber wir gucken mal, was der Felix hier für uns hat. So. Weißt du was? Ich habe gedacht, dass mein Geschäft vielleicht etwas aufgepeppt werden könnte. Vor allem das Hinterzimmer. Glaubst du, dass du vielleicht ein paar schöne Frühlingsblumen pflücken könntest? Fünf würden reichen, glaube ich. Machen wir natürlich. Wir kriegen dann hier auch direkte Rufpunkte für Silverglade. Heißt, da haben wir noch mehr zu tun. So, Blumen gesammelt. Toll, toll, toll. Ich liebe es. Ich werde sie in eine Vase stecken und sie ins Hinterzimmer stellen, wo sie nicht aufmuntern werden. Steve hat mich gefragt, ob ich ihm eine Mausefälle leihen kann. Seit sein Kater verschwunden ist, haben er und seine Pferde ein Problem mit Mäusen. Ich habe leider keine Zeit, sie ihn persönlich zu bringen. Kannst du das vielleicht für mich machen, bitte? Hier sind die Mausefallen. Steve lebt auf der Farm direkt am Eingang von Silverglade Village in Richtung Südosten. Machen wir natürlich. Dann lernen wir nämlich schon mal den Steve kennen. Der Steve ist nämlich auch sehr, sehr wichtig. Weil irgendwie ist Steve so ein Angelpunkt. Da muss man immer irgendwas machen, finde ich. So. Steves Farm haben wir kennengelernt. Yay! Hier ist auch mit Alicia Snowdawter übrigens mein Heimatstall. Für alle die, die es noch nicht wussten. Ja, super. Da sind ja meine Mausefallen. Danke, meine Liebe. Hast du eigentlich davon gehört, dass mein Kater weggerannt ist? Wenn du ihn siehst, bring ihn zu mir. Ich habe eine Belohnung für denjenigen, der ihn findet. So. Der Katerersatz und Frage nach Vogelfutter. Der Katerersatz. Wie du siehst, habe ich die Mausefallen erhalten. Aber ich bin sehr beschäftigt und habe keine Zeit, sie aufzustellen. Vielleicht kannst du mir helfen, bitte, bevor die Mäuse noch meine Scheine aufressen. Nehmen sie und stellen sie an unterschiedlichen Orten auf. Aber die Mäuse, wenn denen was passiert. Oder da ein Pferd reinläuft. Guckt euch das an, mitten auf dem Weg. Toll. Können wir die Pferde reinlaufen hier. Gut gemacht. Ich verstehe nicht, wo die Mäuse herkommen. Nachts kann ich komische Geräusche hören, die aus der Erde kommen. Ich frage mich, ob die GED die Jorvik-Insel von innen aushöhen. Jetzt brauchen wir nur noch einen Köder. Frage nach Vogelfutter und Käsejagd. Hm, mein Kumpel Will, der in der Mühle arbeitet, hat einen riesigen Vorrat an Käse. Vielleicht kannst du ihn nachher ein bisschen alten Käse fragen, den wir als Köder benutzen können. Er lebt in der Mühle und hört dich von hier. Du kannst es nicht verfehlen. Machen wir, aber vorher machen wir das noch mit dem Vogelfutter. Du kannst froh sein, dass du diesen Winter nicht hier warst. Ich habe noch nie so einen Winter erlebt. Ich dachte, ich wäre ohne mein Wissen nach Sibirien geraten, so kalt war es. Die Vögel taten mir während dieses endlosen Winters besonders leid. Wie sollten sie Nahrung füllen? Und jetzt sieht es so aus, als hätten diese Mäuse alles Vogelfutter aufgefressen, das ich noch im Lager hatte. Womit soll ich sie denn jetzt füttern? Wenn jemand seine Lager mit Getreide gefüllt hat, dann ist es Barney, drüben beim Silo. Wärst du so lieb und würdest du rübergehen und fragen? Aber Sigi macht mal das. Ich kann auch jetzt schon mal sagen, dass für alle, die dies noch nicht wissen, wenn ihr Star Rider seid, müsst ihr eine gewisse Zeit warten und ein Quest erfüllen, bis ihr Springen erlernt. Das muss man nämlich ernähren. Und dann wird der Justin hier da hinten, wo der Monster jetzt ist, da wird er dann stehen. Mit einer gelben Quest. Wartet dann auf euch. Und ich zeige euch jetzt einmal, wo der Barney ist, wo ihr das Vogelfutter herbekommt. Der Barney ist auch so ein Angelpunkt für viele Quests, so mitsommermäßig und Ostern. Da müsst ihr ja öfters hinreiten. Und der Barney hat auch noch ganz viele Geschwister. Da ist Marley, äh, Courtney, weil ich mich nicht irre. So, Barney ist hier. Getreide für die Vögel? Sie hatten einen harten Winter, was? Den hatten wir ja leider alle. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass das mehr war als nur ein kalter Winter. So als hätte eine böse dunkle Macht in diesem Winter über die Insel regiert. Aber dann wiederum werde ich auch sehr alt, nicht wahr? Älter als letztes Jahr. So, beim Barney können wir erst anscheinend morgen Vogelfutter kaufen. Oder, was heißt, kaufen und abholen. Aber dann reiten wir mal zu Will. Und holen uns noch ein bisschen Käse ab. Haha, Steve hat Probleme mit Mäusen auf seiner Farm. Ich verstehe. Ich möchte dem kleinen Tierchen nicht wehtun. Lass mich überlegen, wie wir das Problem lösen können. Gib mir ein wenig Zeit und frag mich später noch einmal. Hier, ich habe ein bisschen Käse. Der stinkendste Käse auf der ganzen Welt. Das ist der Trick und Steve wird nie verstehen, wie er funktioniert hat. Der Gestank wird die Mäuse dazu bringen, die Farm freiwillig zu verlassen. Auf diesem Weg können wir Steve und die Mäuse glücklich machen. Gut, oder? Also hier hast du den Käse. Falls du jemals wieder Käse brauchen solltest, komm gerne wieder. Auch wenn ich nicht da bin. Mein Käse ist dein Käse. Das ist nett von dir, Will. Dankeschön. So, das ist auch eine Quest, die ihr öfters mal machen könnt. Da hat der Steve bei euch so ein blaues Ausrufezeichen. Ich bin mir gar nicht sicher, wann das immer ist. Weiß das eine vielleicht von euch? Weil man bei Steve immer diese Käse-Quest machen kann. War das Mittwochs, Donnerstags, Freitags? Ich weiß es echt nicht. Vielleicht wisst ihr es ja. Wow, was für ein schrecklicher Geruch. Oh, es ist der Käse, der so stinkt. Also toll, glaube ich. Ja, sehr toll. Jetzt musst du nur noch eine Sache für mich machen. Kannst du bitte diesen sehr stinkenden Käse als Köder in die Falle legen? Gut, das wird das Problem lösen. Solange mein Kater nicht da ist. Vereil dich und rette meine Farm. Okay, wir kriegen ja wohl richtig viel Spiele-XP hier. Stinkender... Käse. Kann man auffüllen hier. Hoffentlich gehen die Mäuse da wirklich nicht ran. Seht ihr das? Da ist der Justin schon. Da müssen wir nur noch warten, bis der Justin so ein gelbes Ausrufezeichen auf dem Kopf hat. Aber das Pferd sieht auch voll komisch aus, oder? Das sieht voll eigenartig aus. Das sieht im Gegensatz zu unserem Pferd echt... Guckt euch mal an, wie der guckt. Oh mein Gott. Gut, machen wir mit dem Käse weiter. Auf jeden Fall von ihm kriegt ihr halt die Sprung fest, dass ihr Springen erlernen könnt. Gut gemacht. Ich hoffe, dass das den Mauserangriff stoppt und meine Farm rettet. Ich frage mich immer noch, was nachts in der Erde abgeht. Das könnte möglicherweise der Kron für den Mausangriff sein. Aber ich kann das jetzt nicht nachprüfen. Gut, wir haben noch ein T-Shirt bekommen. Reiten plus 2, springen plus 1. Standard-Trainingsjacke. Ich glaube, das war besser als das Bobcat, oder? Nicht ganz. Ja, die Bobcat-Jacke ist immer noch die beste Reitjacke. Was haben wir denn jetzt hier noch zu machen gerade? Aber wir können hier eigentlich mal zum Pferdestylisten noch gehen. Die sind überall in Jorvik verteilt. Und da könnt ihr für kleines Geld für 19 Jorvik-Schillinge, äh 19 Star-Korns, die Mähle von eurem Pferd ändern lassen. Die verschiedenen Rassen haben auch verschiedene Frisuren. Könnt ihr ja mal beim Marblecake so angucken. Hier noch die Kamera ändern. So. Das finde ich jetzt nicht so schön. Ich bin ein absoluter Fan von den Pferdezöpfen. Ja. Bin ich ein sehr großer Fan von. Ja. Ja, aber es steht nicht so gut. Und das ist diese... Früher hat man immer dazu gesagt, die Wildpferdemäne. Ist auch einseitig, aber ist halt länger. Finde ich persönlich sehr, sehr schick. Ja, soll ich ihm die mal... Ne, ich lasse die meine erstmal so. So. Naja, das war halt eine weitere Folge Star-Stable Online-Again. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ihr könnt mir gerne konstruktive Kritik in den Kommentaren da lassen. Und wir werden dann wahrscheinlich in den nächsten Folgen dann ein neues Pferd kaufen gehen. Weil ich ja schon die Star-Coins dafür habe. Und das Pferd kostet 890. Ihr habt schon im letzten Video fleißig geschrieben, welches Paint ich mir wohl holen werde. Momentan sind die Favoriten bei euch der Geschäckte, also der Grau-Weiß-Geschäckte und der Schwarzen-Weiße. Und ja, mal gucken. Vielleicht kaufen wir uns die schon in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis dahin, eure Lisha. 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 Und bis dahin, eure Lisha.